hallo und herzlich willkommen zurück zu das factory okay hoffe dass es heute nicht legt die letzten aufnahmen alle irgendwie gelegt ich weiß nicht woran es lag langsam am rendern lag am aufnehmen ich meine die ganze zeit davor ging es doch auch so hier runter gehen muss ich da hinkommen die märkte ja da ist ja nicht nicht angreifen nicht angreifen sagt ich und hier ist noch was ist das also das eisenherz aber normal also also hier so runter einer geht noch und wo ist jetzt also die dünen hier die machen wir echt kopfweh okay Ja, das Wildcrit ist auch nicht immer das Beste, aber jetzt nichts ändern. Man sieht das hier, ne? Also das hier ist ja auch nicht normal. Ja komm, gehen wir halt da durch. Und hier ist nochmal da rüber. Das wird sich ja hoffentlich nochmal ändern. So. Da. Da. Und den da hinten auch nochmal. Passt das so? Ah, das passt so. Hoffentlich ist das nicht zu hoch. Aber das werden wir ja gleich sehen. Oh, das sieht mir richtig hoch aus. Okay, gut. Einmal... Raderband. Ach, Raderband. Oder Turm Mk2. Ich wusste es, es ist so hoch. Irgendwie... Nee. Okay, dann muss das wieder weg. Ja, das ist so viel zu hoch. Ja, das sieht man ja schon. Okay, ich will alles auf einer Höhe haben. Das mache ich, glaube ich, mal eher... So da lang. Sieht doch deutlich besser aus, als das hier. Könnte natürlich... Könnte natürlich... ...den ganz nach hinten ziehen. Und dann hier hoch gehen. Ja. Kann ja nichts dafür, dass die Landschaft so aussieht. Also das da... Das ist ja... ...nicht normal. Da hat sich wohl irgendwas... ...kaputt gemacht. So, okay. Ähm... Wo gehe ich denn hier hin? Auch nicht. Ja, dann... ...muss ich das anders machen. Nicht mal zwei Meter. Ähm... Ähm... Ne, zwei Meter. Äh... ...und noch einen Meter oben drauf. Ein Meter dann. Dann halt drei Meter. Die Frage ist, geht das jetzt hier auch? Sieht mir immer noch ein bisschen hoch aus. Ja, da müsste gehen, oder? Ja, hier geht das. Komischerweise auch auf dem anderen Ding. Jetzt eben nicht. Ähm... ...bitte hier hin. Ja. Abel? Naja. Nee, hier will ich gucken. Das wird schon wieder nicht gehen. Oh doch. Geht. Hm. Na ja. Kommt in die Richtung, ne? Könntest du bitte hier hin? Ja. Hallo? War doch eben. Da. Warum geht's jetzt nicht? Bäh? Halt so. Der gerade? Ne. Also nicht. Weil ich weiter weg war, oder was? Ja, komm schon. War nicht dein Ernst. Also hier stand ich und dann ging das. Ja. Okay. Aber auch nur zeitweilig. Ah, Fummelei. Warte mal. So. Mal Snap-tada, mal nicht. Hier der Punkt. Komm, du bist jetzt gerade. Nee, sei nett. Erstaunlich, erstaunlich. So. Der geht gar nicht richtig gerade. Ohne? Oder so oder so. Aber gerade geht der nicht. So? Oder so. Ich hab keine Ahnung. Oh, jetzt ist er einigermaßen gerade. Okay. Dann hier noch einer hin. Wie baue ich den denn hin? So. Vielleicht. Ja. Ja, dann. Gehen die Bänder halt hier lang. Und nicht da lang. Andersrum passt's halt nicht. Okay. Und zwar. Also gefallen tut mir das hier gar nicht. Wie soll ich die denn richtig hinsetzen? Ach, Mann. Jetzt hab ich mir das gedacht. Das ist krumm und schief. So, dann hier mit dich. Etwa so. Hier lang. Das wird ein Geschlängel-Chief. Böböb. So. Okay, dann kommt hier ein Fusionator hin. Ja, nahto. Zack. Zack. Ich habe keinen Strom hier, ne? Nö. Vorrangend. Der Anschluss ist auf der anderen Seite. Machen wir das mal so. Dahin. Dahin. Da an. Das wird jetzt hier ein bisschen abenteuerlich. Ich muss hier durch. Irgendwie. So. Dann wieder. Da hinten hin. Ah. Komm, ein weiterer. Da kann ich aber auch gleich hier nochmal hin, ne? Ähm, nee. Nee, kann ich nicht. Dann eben doch hier durch. Ich. So. Nein. Nein. So. Guck mal, diese Logistik. So, Kohle. Da ist noch Eisenherz. Wenn ich das auch hier hochbringe. Ja, was man hat, hat man, ne? Aber. Kriege ich hier einen Förderturm drauf. Schwer, ne? Das ist schwer. Nee, wahrscheinlich nicht. Eher nicht. Aber. Versuch, mach klug. Sagt man immer so schön. Nee. Nee, 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 nee. Nee, geht nicht. Also müsste das noch eins runter. Aber hier. Ich versuch's mal mit nur einem. So. Ey. Minerar, im K2. Immer noch nicht. Doch. Aber krieg ich denn irgendwie gerade hier hin? Halbwegs. Das kann weg. Auch weg. Auch weg. Na? also wie das muss ich das nur noch da hinten auch machen da bin das nicht so fliegend aussieht so das war nix also richtig gar nix hier drunter auch ja warum eigentlich nicht die richtung und hier geht es nach gut 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 Na, werde er bündig. Okay, dann könnte man ja die eigentlich wieder wegnehmen. Dann ist es hier schön gerade. Ähm, wegnehmen, ne? Ich habe hier einen Stein raus, ach man. So. Geil. Oh. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Ja, es sieht nicht besonders gut aus, aber der Zweck heiligt die Mittel. Wenn ich das mal so sagen darf. Ähm. Du? Ja. Was weiß ich denn dahin? Und hier so lang. Immer nicht sicher, ob das funktioniert mit dem. Mit, äh, ja. Mit den. Oh. Spruch vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann reicht mit den, äh. Da ist der, hier, ne? Mit den Aufzügen, wollte ich sagen. Nee. Stopp. Die ist Porsche. Gott. Ich sollte mich da irgendwie wieder hochkommen. Eine Schnecke. Hier? Ich hab da eine Schnecke gesehen. Nö. Wohl eher nicht. So, dann testen wir das mal. Mit den Aufzügen. Tja, der ist in der Wand. Das ist nicht gut. Dann halt anders. Ach, die Masken stehen noch da rum. So, und der weg. Ne, oben raus, war schon richtig. So, und... So sage ich dich, genau. Einen zurück noch, bitte. So. Okay. das klappt so nicht ach Mist das kann klappen okay aber das nicht das andersrum immer mal hier so lang ja ja was soll ich sagen das sah echt aus wie eine Schnecke da drüben ist es aber nicht skrom ja okay so einmal eisenherz einmal oder andersrum oder sie okay okay rot blau rot die kohle an erstmal nur bis dahin kohle und eisenerz ok 56 schmelzen und ja 3 und 6 schmelzen 3 foundries schmelzen wo ich die denn hin irgendwo hier so ne 6 schmelzereien nee die kommen vorne hin da würde ich eher hier hin bauen wollen ja warum denn auch nicht und immer mittig und könnte man eigentlich ist ja genug platz ich habe auch schon mal schneller gebaut hier mittig bitte was soll das denn hä dampf 6 eisenerz auch noch eisenerz von da drüben irgendwo da gibt es bestimmt noch eisenerz ja auf 252 das war das da hinten normal oder das ist gar nicht mehr kupfererz normal nee auch da eisen kein eisen mehr da ist doch noch eisen um ist das so schräg sondern sind wir hier mit normal und dann normal sind wir bei 240 auf 252 ja egal wunder menschen mittag was geht oha ja wie soll man das anders machen wie soll man das denn sonst anders machen so 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 da rüber winzig kleines stückchen so okay müsste praktisch in die richtung aber ein bisschen höher strom verlegen hier ne die weg ja, jetzt sollte der laufen die Frage ist wo gehe ich denn hier runter oder mache ich es erstmal oberirdig oder hier so könnte hier sein wenn nicht wird es umgebaut aber das sieht ganz gut aus sehr zufällig noch ein Eisenerz in der Nähe bestimmt irgendwo naja klar das ist falsch irgendwie war mir das klar und vertikal genauso so nein so wenn wir jetzt hier so das macht geht das dann wie weit bin ich jetzt weg kurz hinter diesen perfekt hat hier sowieso nicht so lang was was wenn durcheinander da kommt davon wenn man keine lust hat um schön zu bauen hier hier kommt hier kommt Eisen da hinten kommt Eisen bin ich bei 240 Eisen oder normal Eisen der es nochmal gibt 60 ne 120 bin ich bei 240 ich brauche aber 252 was so viel bedeutet wie einen muss ich hochtakten was denn den da hinten ne oh warte ich brauche ja noch Kupfer wie viel Kupfer 224 das ist zwei Kupfer Quellen Ei der da aus eine habe ich hier ne ja ich takte den hoch auf 100 ich guck's mir erst an ok macht 120 genau jetzt bin ich bei 240 mit dem da drüben und der geht auf 152 152 ja 126 kann ich mit leben ist das schon wieder ich muss erst rechtsklick machen und dann komme ich erst wieder hier raus dann brauche ich diese Platte denke schon wo ist mein Kupfer aber Kupfer brauche ich auf jeden Fall zwei Quellen ne 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 he he da ist ja noch Kupfer drauf ne 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 dann hier hier lang ne gut ein meiner im K2 warum also ich will sehen wie er sich ausrichtet ohne gottes willen so doch nicht der geht schon wieder nicht gerade ne ach geht geht gerade so ok dann einmal vor geht noch dann nach oben ist egal egal wie hoch wo kommt hier rechts an ach bitte nicht sch ich kann nicht hin mir mal das ist v warum das gut da muss ich halt im büscher bat um umlegen also solange dann halt war ich das hat so ja kommt man kann das ja später immer noch anders machen das fehlt versteckte reisenplatten ja dann bedeutet das halt wir müssen ihn gerade ist auch anders okay versteckte eisenplatten ja gut ja immer noch einer dann würde ich dann hier mal beenden und mich wieder neu ausrüsten und dann geht es auch gleich dann wieder hier weiter okay ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal und das ist wahrscheinlich dann am montag gehabt euch gut und tschüss dann